Endlich ist es soweit. Lang habe ich darauf gewartet. Seit 1995. Oh nein, seit 6 Monaten würde ich sagen. Ich war in der Türkei, in Bodrum, viel Erdbeben. Ich hatte zu tun. Aber naja, jetzt bin ich hier. Bloodbone ist eines meiner Lieblingsspiele. Definitiv. Geflucht habe ich. Geweint habe ich. Ich bin oft gestorben. Ich habe Geschichte gespielt. Ich bin so oft gestorben. Ja, ich weiß nicht. Geweint, geweint, geweint. Wenn ich jetzt überlege, ist das ein Actionspiel? Oder Horror? Oder Drama? Ich weiß nicht. Gefühle, viele Gefühle in diesem Spiel. Ist schon schön, aber ich meine, wie ich geweint habe? Ich weiß nicht. Ja, ist schon viel Drama. Aber... Was würde ich sagen? Ist schön. Ich bin ein emotionaler Mensch. Das hat damit zu tun vielleicht. Es kann damit zu tun, nachher zu sein. Es kann damit zu tun sein, dass das Spiel halt... Dass man Blut leckt. Nicht alle Pennen lecken. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, was wollte ich sagen? Genau. Ah ja, genau. Wir wollten ja aufmachen. Gut. Dann, let's do it. Ich hoffe, es wird schmerzlos sein. Nein, es muss schmerzlos sein. Weil wieso? Warum? Dann fühlt man sich am Leben. Versteht ihr? Ja, na? Gut. Komm raus, Rocky. Rocky. Ja, ich nenne meine... Hauptcharaktere immer so. In Spielen. Oh Gott. Oh, schon wieder eine Kreditkarte. Oh, was ist das? Damit man das nicht rausnimmt? Ja, da ist etwas. Gutschein. McDonalds. Oh, McDonalds? Schreibe auf! Werbung! Oh, nein, nein. Leute, falls ihr McDonalds isst, isst über mich. Unterstützt mich. Komm raus! Oh, das war einfach. Oh, jetzt bin ich enttäuscht. Aber jetzt bin ich enttäuscht. Hier, guck mal, das ist... Sehr detailliert. Soll ich lesen? Also, falls ihr wollt, ich kann... Ich liebe dieses Bild. Und diese Schimmel liebe ich auch. Hier steht auch was. Also, hier steht Lebensanweisung. Über Blatt, oh. Gut. Weiter geht's. Oh. Oha. Okay. Kein Problem. Kein Problem. Sieht einfach aus. Ich habe das Spiel auch Let's Play. Fantasieren wollte ich meine. Aha. Ist ein bisschen leicht. Ich bin etwas anderes gewohnt. Okay, die Figuren kosten auch 700 die anderen. Na ja. Oh, Bloody Mary. Sieht ein bisschen aus wie Kacke. Aber... Also, ich meine... Guck, guck. Zoomt es? Ich sehe nichts. Ja, ich glaube. Das Blut. Nein, das Blut. Dunkelblut. Das Blut ist halt ein bisschen älteres Blut. No, 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 no. Okay. Wow. Was ist das? Komm raus, du Schurke. Was ist das? Ah, Waffe. Oha. Wow. Sehr, sehr detailliert. Oh mein Gott, seine Hand ist da drauf. Aha, okay. Muss ich so reinstecken. Ich verstehe. Hier, guck. Guck, guck. Gratis. Komm, genug. Genug. Mehr gucken mit Geld, ne? Und da ist die Klinge. Oh mein Gott. Gillette. Der sieht aus wie ein Gillette. Man hat früher damit gekämpft. Heute schneide ich... Beschneide ich... Nein. Heute schneide ich nicht damit. Komm raus. Alter, alles so. Komm raus, mein Kind. Ich komme in Frieden. Oh mein Gott. So. Oh mein Gott. Übrigens, das ist die Bloody Edition. Mit Blut und so. Also Kerke und so. Ich meine, nein, Blut. Ja, das ist schon Blut. Schön, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Genug. Genug gesappert. Er hat blaue Augen. Oh mein Gott. Auch gut. Kommt aus Dänemark. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, halt da. Mach mal. Wo sind deine Hände? Rein Stichketten. Oh mein Gott. Nimm das auf. Gut. Nimm auf, nimm. Oh. Ich habe Angst, das zu... ...brechen. Man muss wirklich rein... ...drücken, oder? Oh mein Gott. What the fuck? What's happened? What's going on? Aha, jetzt geht's. Nein, geht nicht. Charmutter geht nicht. Warte, vielleicht diese Hand, vielleicht? Nein, das kann nicht sein. Das wäre so dann. Ne, das kommt hier. Das ist... ...da, oder? Ja! Gefunden! So. Aha. Okay. Und das kommt... hier. Würde ich sagen. Okay. Aha. Entschuldigung. Rocky. Bloody. Rocky. Keine Ahnung. War das noch fester, oder was? Ja, ich glaube. Okay, ich mache das... Auf, bis gleich. Ladies and gentlemen, 20 Minuten. Ich habe 20? Ich habe 20 Minuten gebraucht, damit die diese scheiß Hände da richtig reinstecken. Damit ich sie richtig reinstecken konnte. Von Nase ist es gekommen. Von Nase. Sogar beim Bauen. Aber naja. Er sieht trotzdem geil aus. Oder? Mega detailliert. Ja, guck mal die Augen an. Mr. Blue. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ich meine, nee, nicht. Nee, nee, nee. Guck. In meiner Augen. Pass auf. Nur das, was mir nicht gefällt, muss ich ehrlich sagen. Das bisschen... Das hat 400 Euro gekostet, Franken. 399. Guck mal, was da... Na ja, okay. Trotzdem, er sieht wirklich geil aus. Er ist nicht so groß. 32 Zentimeter. Mit Kopf. Ja, gefällt mir eigentlich. Sehr detailliert. Ja. Beim Bauen ist es vom Nase gekommen, aber naja, scheißegal. Es hat sich gelohnt. So, ich hoffe, die Videos gefallen euch weiterhin. Und es kommen noch, ich habe noch ein paar über der Schule. Die werden... Also, ich habe wirklich... Ich erwarte zwei Figuren. Üff. Ich sage nur üff. Mehr sage ich nicht, nicht? Nur üff. Mehr sage ich nicht. Aber vergiss nicht zu liken und zu teilen und zu abonnieren, falls es euch gefällt. Gut, dann macht's gut und... Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020